So sieht das aus in Frankfurt! Das ist Frankfurt! Aber die Türkei hat doch verloren! Egal, kein Problem! Im Herzen lebt die Türkei immer! So sieht das aus! So muss es auch sein! Ewa, so muss es auch sein! ...meine Videobrahl! Oh! Eifa, Obringer! Eifa, Obringer! Türkei! Wir wollen Eifa, Obringer! Abadant! Portugal! Türkei! 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 Nein! 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 Die Kamera! Die Kamera! Die Kamera! Die Kamera! Die Kamera! So sieht das aus! Türkei auf 1! Keine Probleme! Aber die haben doch verloren! Wir haben etwas probiert! Es hat nicht funktioniert! Wir sind immer auch die Besten! Wir werden die EM gewinnen! Emlich Türkei! Wir wollen Eifa, Obringer! Türkei! Ja! Was geht ab? Ey! Meine Damen und Herren! So sieht das aus! Guck mal! Das ist die türkische Finde! Wie geht's? Gut! Wie heißt du? Ja! Shakir ist in der Bildung! Aber Türkei hat doch verloren! Ja, wir haben schlecht gespielt, aber... Wir feiern trotzdem! So muss das sein! So muss das sein! 3-0! Türkei hat 3-0 verloren, aber die Leute trotzdem feiern! Es gibt noch eine Chance! Oder? Am Mittwoch! Am Mittwoch! Am Mittwoch sind wir wieder am Start! Und ich hoffe, dass die Türkei gewinnt! Dieses Mal! Und genau! Allgemein ist es richtig viel los hier! Guck mal, wie viele Leute hier sind! Hallo! Offenbach! 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 Okay, okay! In dieser Stelle, wie wir sind? Auf... Was? Ein bisschen raus!